Ich bin auf die Decke. Passt gut. Der Rest ist ein Teil. Und dann kommt das 1.9. Das ist einfach gar nicht. Das ist einfach 3. Also, wenn es eben kommt. Also, wenn es eben kommt. Also, da muss man sich nicht auf den 100 mm einstellen. Wie das ist jetzt was zu tun. Das soll man nicht zählen. Aber du kannst ja auch noch einen Fehler. Ja. ... ... ... ... ... Lass dir die Schwerfer einfach- ... ... ... ... ... ... Beim Senkrechten stimmt es, wenn er hoch ist, dann musst du links drehen, wenn er teuf ist, rechts, aber gerade Toppelrad. Hast du schon ein Zweigschutz? Ja, der erste war der 10er und der zweite war der 9er. Ja, aber das stimmt ja. Das ist nicht der Visierer. Nein, nein, ich habe gesagt, dass er Visierer sind. Nein! Das habe ich gesagt. Aber siehst du, die zwei sind fast in der Höhe. Aber es ist nicht schlecht. Also, jetzt muss ich... Jetzt muss ich noch... Ich muss noch ein paar Seiten gehen. Wieso ist es? 3 cm auf 5 cm. In einem Fall ist es 1,5 cm. Es ist zu viel, zu viel anstehen. Ja. 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 Das ist immer das Kontraren. Und das vorne höher und das da höher. Das ist ja die Konelle. Ja. 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 Ja, ja. Ah, ich habe das Magazin drin.